Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem Uploadplan der Kalenderwoche 47 und mal wieder mein Wort zum Sonntag an euch. Was gibt es diese Woche? Zum einen Watch Dogs, die sehr unterhaltsame Aufnahmesession geht weiter. Ich habe ja heute so ein kleines Neulich bei Watch Dogs aus Folge 74 eine amüsante Szene rausgebracht. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Dann geht es auch mit F1 2014 der Karriere weiter. Am Dienstag aus Kanada und Sonntag das freie Training schon aus Österreich. Und dann haben wir noch am Freitag, also besser gesagt das Wochenende dazu, das Saisonfinale der Formel 1 Saison 2014. Mein Kommentar dazu aus Abu Dhabi. Wer wird Weltmeister? Nico Rosberg, unser Deutscher oder Lewis Hamilton? Darauf könnt ihr euch freuen. Ich werde wieder fahren im Commentary-Style und dann wird es... Na, habt ihr schon die Videoüberschrift, den Titel gelesen? Far Cry 4 werden mein neues Spiel. Es kommt ja am Dienstag, dem 18. November raus. Ich möchte es einfach so schnell wie möglich spielen und euch was präsentieren. Ihr findet es hier nicht im Uploadplan. Das liegt daran, dass ich mit F1 2014 da schlechte Erfahrungen mit dem Release gemacht habe, weil es da ein paar Probleme gab meinerseits. Und da möchte ich mir einfach nicht zu viel Druck machen, nicht zu viel Stress. Und für euch ist es ja dann auch einfacher. Ich werde dann wohl die Woche am Dienstag oder wann auch immer auf Facebook nochmal kurz etwas posten und dann auch wohl Dienstag, Mittwoch diesen Uploadplan hier in den Kommentaren aktualisieren. Und wenn zu viele Veränderungen sind, dann werde ich wohl einen Link in die Kommentare packen mit einem Bild einer Grafik, was sich wie für diese Woche, nämlich Kalenderwoche 47, ändert. Ja, dann gibt es am Dienstag noch den letzten DLC zu Battlefield 4, Final Stand. Es ist aktuell etwas schwierig für mich da Folgen rauszubringen für den Multiplayer, denn es laggt bei mir. Das ist ziemlich unregelmäßig und ich weiß nicht, woran es liegt. An der Hardware soweit nicht. Die FPS sind stabil. An der Internetleitung soweit auch nicht. Die ist, wie weit es geht, hervorragend für meine Verhältnisse. Ja, ich weiß es einfach nicht. Es haben auch andere diese Probleme und ich hoffe, das löst sich irgendwie. Vielleicht ja mit dem DLC am Dienstag, wobei ich daran nicht ganz glaube. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie einen Kniff, was die Probleme lösen wird und deswegen ist es etwas schwierig, neue Folgen für mich für Battlefield rauszubringen, denn das kratzt schon ziemlich. Das nervt einfach dieses Gelecke. Ja, dann Far Cry 4, habe ich ja schon gesagt. Die Auflösung zur Osterersuche. Ihr habt jetzt den Kanalbanner eingeblendet. Das war wirklich sehr, sehr klein. Oben, ja, was sage ich eigentlich oben? Das zweite Bild von links, dieser Ausschnitt, dieser Elefant, das ist aus Far Cry 4, ist schon seit einigen Wochen als Kanalbanner bei mir online, war ganz gut versteckt und ich habe es ja in einigen Folgen angesprochen, dass Far Cry 4 sehr interessant für mich ist und ich es sehr wahrscheinlich spielen werde. Ja, nun ist es soweit. Darauf könnt ihr euch freuen. Far Cry 4, schaut einfach bei Facebook vorbei. Dienstag, Mittwoch hier im Uploadplan. Ich bringe, wie gesagt, Far Cry 4 so schnell es geht raus. Würde mich freuen, wenn ihr es bei mir schaut. Wir haben mit Sicherheit eine Menge Spaß in den Gebirgen, in den Bergen des Himalaya-Gebirges. Passt so besser. Also, ich wünsche euch was. Eine schöne Woche mit Far Cry 4 oder vielen anderen Spielen bei mir oder ihr spielt es einfach selbst. Wir lassen uns einfach mal überraschen und freuen uns auf die nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss. Bis dahin, macht's gut.